safe and continue und weiter geht's und jetzt kommt wieder die lieblingsmission von mir 800 coins plus 100 münzen so fahren wir an ich mag die stelle nicht ich mag die stelle nicht ich mag die stelle nicht so gut war double kill okay okay geh weg kann man dich nicht auch töten irgendwie wenn ja habe ich vergessen wie einfach drauf springen geht nicht doch war dann sogar eine fünfer münze jetzt haben wir die drei müssen hier raus holen wir nicht raus ich renne wegen drei münzen in meinen tod mache ich möchte lieber auch ne also wenn drei euro einfach irgendwo auf der autobahn liegen würden ich würde die auf jeden fall holen wir leben in krisenzeiten da kann drei euro die welt bedeuten jetzt rutscht er hier schon wieder aus dem bauch herum macht kein humbug das wollte ich noch gar nicht 55 555 allein sammeln allein sammeln sagte ich oh nein die jüder münze zählt benutze ich was machen wir für den da aus sich glaubt verdammt ich mag den schei gar nicht schei gehi schei gehi kaum dann kaum dann und darunter mario runter zwei münzen einsammeln jede münze zählt 11 der schon respawned von dem haben wir das geht schon 12 mit einem kopf 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 und war fufi gleich zwei auf einmal double kill und zwei drei alle verteilt aber diesmal kriege ich sie nicht perfekt hier ist auch die zweite rote münze und hier ist gar nichts eine trickkiste hier ist noch mal fünfer nein hier bin ich sicher gut diese bombomben ist irgendwo dahinten neben so einer oase oder ähnliches drei und vier schweben in der luft wieso fliege ich nicht einfach weil hier ist noch einer nein du klaus meine mütze nicht da ist der bombom das öffne das ding mal kann man vielleicht mal behaupten gebrauchen Lass mich hervor. Was bist du dran? Komm. Ich komme immer von dir weg irgendwie. Kopf ab. Ich bin jetzt steil nach oben. Steil nach unten. Hier haben wir plötzlich Klebestiefel. Natürlich. Und keine Mütze mehr. Perfekt. Ich gehe nach da damit, weil der Geier regt mich auf. Da oben fliegt der Geier. Von unten kriegt man seine Flügel. What the hell? Lass mich in Frieden. Ich bin jetzt der Wirbelwind. Das hätte ich von Münzen verpasst. 53. Nein, 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 nein. Nein. Okay, nutze ich das mal aus. Ja, ich nutze das ja schon aus. Ich bedanke mich. Okay, das hätte auch in die Hose gehen können. Da war noch ein Schallgeil. Der ist mir jetzt aber egal. Weil es ist halt die hier drin sind. Moment, ich kann gar nicht 100 Münzen und rote Münzen zusammen machen hier. Ist ja bescheuert. Fällt mir gerade auf. Egal, mach ich jetzt mal rote Münzen. Oh oh. Das war blöd so losgeflogen. Deswegen jetzt nicht auch in die Mütze da hinten, die ich rankomme. Ja, perfekt reingesprungen. Das ist mir zu riskant. Ich hol mir das Ding lieber nochmal. Weil wenn... Dann könnte es schlimm enden. Lass mich einfach, lass mich einfach, lass mich einfach. Danke. Krüster hoch. Kammer recht. Und jetzt aber. Jetzt sehe ich das Ding. Springe hoch genug und fliege drunter her. Ich meine, die anderen Münzen habe ich da voll gut eingesammelt. Ich meine, die anderen Münzen vertreten. Okay, die anderen Münzen sehen. Dreiundsechzig Münzen habe ich zum Sonstkunstamento. Blöd. Ach nein. Okay. Stern Nummer 49. Dann machen wir halt die beiden, die anderen zusammen. Ist ja gut. Ist das das sofort angezeigt wird? Nein, das muss unbedingt hochzählen. Pyramid Puzzle. Ja, holen wir es damit. Holen wir schon wieder die rote Münze von da hinten. Und Schwab 2. Und da habe ich natürlich ein bisschen die Zeit verschwindet jetzt. Hätte ich auch besser machen können, gebe ich zu. Ups. 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 Steh auf. Shy Guy. Noch einmal so eine Dreistaktion und dich tritt dich kaputt. Ich muss doch einfach sofort und fertig. Wo ist der andere Bonbon? Verdammt. Lass mich in Ruhe. Okay, explodier einfach, explodier einfach. Oh, oh, oh. Okay. Komm wieder hoch. Hä? Wie machst du das? Egal. Ich lasse dich machen. Dumm Münze. Mann, ich wollte jetzt sofort ins Gesicht treten. Wow. Nein. Nicht wieder aufbauen. Nicht wieder aufbauen. Nicht wieder aufbauen. Danke. 1, 2, ups. Nein, 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 nein. 2. Wo ist hin? Mit der Oberen der Decke. Toll. Ist hier noch einer? Es sind hier noch drei drin. Ey, die andere Zeit ist schon wieder oben gelandet. Was soll der Dreck? Alle müssen landen da oben. Hier war nichts drin. Ich mach's trotzdem kaputt, weil ich störrische Mächte habe. Mit meinem Hintern. Nein. Jawohl. Ging ein bisschen schneller. Dass ich in Ruhe bin. Lass mich in Ruhe. Das ist so unnötig, was du machst, Wind. Wind, du bist böse. Eindeutig. Blöd. Blöd. Ich hatte einfach zu viel Schiss und hab überreagiert und weiß auch immer. Und noch ein Versuch. Scheiß auf die zwei Münzen da hinten. Ich krieg das sowieso zusammen. Wenn ich bloß wüsste, wie viele blaue Münzen ich in der Pyramide noch kriege. Da gibt's ja so einen Münzen-Schalter. Geben die. Geben die. Hä? Okay, die ging noch normal herum, aber war am Dampfen. Zwei von dir. Eine von dir. Ich habe sofort seinen Kopf abgehackt. Brutal, aber fair. Noch eine Münze und noch eine Münze. Gegen die Sonne gescheitert. Und voll gegen das Ding. Hier haben wir 22. Hier haben wir hier 5. Was uns zu 27 führt. Und hier ist nur ein Leben, ne? Ja, hier sind keine Münzen, hier ist nur ein Leben. Ach nee. Stimmt ja, das gibt's hier auch noch. Hallo? Okay. Ich hatte gerade zu viel Angst, dass ich jetzt doch noch irgendwie runterfalle oder ähnliches. Benutze ich lieber das. Ist mir sicherer. Ist doch knapp. Weg von diesem dunklen Treibstanz. Wo, den man sich nicht retten kann. Wow. Das kommt gefährlich nah. Gaia, du bist mir egal. Lass mich einfach in Ruhe. Ich mag keiner. Noch nicht, weil deine Mutter mag dich. Ups. Jetzt hat sie mir erzählt. Juhu. Er ist schon auf dem Boden, schritt los. Okay, Mario. Okay. Ich lass dich machen.